hallo hier ist dieser paul mit dem tipp lerne x in y minuten lerne x in y minuten ist ein gemeinschaftsprojekt auf der seite learn x in yminutes.com wie man unschwer erkennen kann geht es um programmiersprachen es ist definitiv keine ausgereifte fachliteratur aber um mal schnell in eine programmiersprache hinein zu schnuppern sich die syntax anzuschauen oder wie vor schleifen oder if bedingungen aussehen reicht es vollkommen aus die programmiersprachen werden per quelltext erläutert erklärungen werden als kommentare in den jeweiligen programmiersprachen verfasst wir können mal kurz hineinschauen zum beispiel in die anleitung zu der programmiersprache python die sieht dann so aus die tutorials stehen unter der creative commons lizenz bei sa attribution share alike und findet man auf github.com im markdown format es wird direkt dazu aufgerufen bei dem projekt mitzuhelfen texte in andere sprachen zu übersetzen und neue anleitungen für programmiersprachen zu erstellen wo es noch keine gibt das war unser powerful screencast und viel glück